Willkommen zurück zu einem neuen Format des RIDE Magazine und mir, nämlich RIDE CHECK mit Sandro Schmid. Ich bin Sandro und ich nehme euch mit dieses Jahr auf fünf hammergeile Projekte. Das ist quasi ein Unterprojekt vom RIDE Travel. Wir gehen fünf Destinationen abchecken, was gibt es dort für geile Touren von RIDE Trail Datenbank. Wir gehen abchecken, wo kannst du dich mit dem Camper herstellen, wo kannst du übernachten, wo hat es vielleicht ein Bikerhotel, wo hat es geile Restaurante, local Spezialitäten und wo sind die geilsten Trails. Das Ganze ist in Kooperation mit Trackbikes natürlich und darum fahre ich auch in jedem Video ein anderes Velo. Ich nehme euch mit, bleiben dran, stay tuned auf eine hammergeile Saison. Ich bin richtig heimt und zum Abschluss gibt es noch einen richtig krassen Banger, auf den freue ich mich schon jetzt. Also stay tuned, Ende dem Monat geht es schon los. Let's go!